So, so, so. Was haben wir denn hier? Wieder ein Mord mit einer Pistole und einem Messer. Mal sehen, was die Zeugen zu sagen haben. Na Kleiner, hast du gesehen, was hier passiert ist? Mein Papa sagt, ich darf nicht mit Fremden reden und sie sind ein Fremder, also rede ich auch nicht mit ihnen. Fragen sie doch wen anders. Danke Kleiner, sehr umsichtig von dir. Das mache ich. Hey, Sie da, haben Sie was gesehen? Ja, Sir, ja. Einer der Täter lief in diese Richtung, Sir. Er hat es sehr eilig, Sir. Danke. Wegtreten, Soldat. Und was ist mit Ihnen da hinten? Oh, also ich sehe vieles, wenn ich es will. Doch meistens laufe ich blind durch die Gegend auf der Suche nach neuen Leckerbissen. Also nein, ich habe nichts gesehen. Okay, Sie haben also nichts gesehen. Komischer Vogel. Hey, warum sind Sie so nervös? Meinen Sie mich? Warum sollte ich nervös sein? Hier ist noch gerade nur ein Mord passiert. Da ist man doch nicht nervös. Aber ich kann Ihnen helfen. Zwei Typen da sind in diese Richtung zu diesem anderen Typen da gelaufen. Ja, Sie sind trotzdem ein bisschen merkwürdig. Aber vielen Dank. Hey, Sie da. Bevor Sie jetzt fragen. Ich habe hier nichts gesehen. Ich warte nur auf zwei meiner zwielichtigen Freunde. Ach, da kommen Sie auch schon. Nun, habt ihr auch alles schön entsorgt, damit niemand was erfährt? Entsorgt? Was entsorgt? Oh Mann, sind die hohe. Aber bleiben Sie mir stehen. Ich habe da einen Verdacht.